Auf YouTube soll Schluss sein mit Werbeblockern und mit alternativen Oberflächen, die es ermöglichen, YouTube-Videos ohne Werbung und ohne Tracking anzugucken. In diesem Video fasse ich die aktuellen Änderungen zusammen, die früher oder später auf euch zukommen. Das Prinzip hinter YouTube ist ein werbefinanzierter Dienst, das heißt, ihr müsst nicht direkt dafür bezahlen, sondern zahlt in Form von Daten und mit eurer Zeit, die ihr mit den Werbeanzeigen verbringt. Bei den Kanälen im YouTube-Partner-Programm bekommen die Kanalbetreiber einen Teil der Werbeeinnahmen und können damit ihren Kanal finanzieren. Den Rest behält Google, kann damit die Infrastruktur bezahlen und was übrig bleibt, ist ihr Gewinn. Die erste Änderung ist der Einfluss, den Kanalbetreiber auf die Werbung haben. Bisher könnten wir da relativ fein einstellen, welche Formate das sein sollen, wie viele anzeigen und ob die zum Beispiel überspringbar sein sollen oder ob man die zwingend angucken muss, um den Inhalt vom Video weitergucken zu können. Die nicht überspringbaren habe ich zum Beispiel immer deaktiviert. Man verdient zwar auf der einen Seite mehr damit, aber ich empfinde das als ziemlich nervig und finde daher, die sollten überspringbar sein. Ab November können wir das aber nicht mehr beeinflussen, dann bestimmt alleine YouTube, ob zum Beispiel Anzeigen überspringbar sind oder nicht. Auf manchen Kanälen, wie meinem zum Beispiel, die das bisher eingeschränkt oder abgeschaltet hatten, wirst du also wahrscheinlich bald mehr Werbung sehen. Das zweite große Thema sind Werbeblocker. Lange Zeit war das ja eine Art offener Geheimtipp. Wer am Computer oder am Laptop im Browser einen Werbeblocker wie zum Beispiel Oblog Origin als Erweiterung installiert, der bleibt von sämtlichen Werbeanzeigen und vor allem den Werbeunterbrechungen vor, während und nach der Wiedergabe von einem Video verschont. Auf dem Handy klappt das ähnlich oder wer lieber eine App möchte, der kann zum Beispiel unter Android Newpipe nutzen. Das ist eine alternative Oberfläche in App-Form, die zum Beispiel Werbung ausblendet, aber auch noch eine ganze Reihe an Funktionen mitbringt, die YouTube selbst nicht besitzt. Da verständlicherweise viele Menschen nicht gerne Werbung schauen, hat sich das über die Jahre herumgesprochen. Andere Webseiten betrifft das ja auch schon seit längerem, daher steigt der Anteil der Webnutzer, die einen Werbeblocker verwenden. Schon 2018 waren das 32% aller Internetnutzer, bei besonders jungen Erwachsenen sogar über 53%. Je nach Zielgruppe kann das stärker nach oben oder unten variieren. In jedem Falle bedeutet das für Betreiber und die Werbenetzwerke einen deutlichen Umsatzverlust. Im Gegensatz zu anderen Seiten hat YouTube das lange Zeit toleriert, doch damit soll nun Schluss sein. Schon seit einigen Monaten, ungefähr seit April, Mai, wissen wir, dass Google damit angefangen hat, Einschränkungen und Blockierungen für die Nutzer von Werbeblockern zu testen. Die letzte Zeit kam das auch langsam nach Deutschland, mittlerweile ist der erste aus meinem Freundeskreis betroffen. Dort erschien zuerst eine Meldung, man könne drei Videos schauen, bis entweder eine Deaktivierung des Werbeblockers oder eben das Abschließen eines Abos von YouTube Premium notwendig sei. Beim ersten Mal kann man auch rechts oben auf das X klicken und das Video ganz normal weiterschauen, doch schon bei dem nächsten Video, also bei dem zweiten, geht das nicht mehr so einfach, denn erscheint rechts oben eine kleine Uhr, man muss einige Sekunden warten, bis man das wieder schließen kann. Das wiederholt sich, bis man einen ähnlichen Dialog angezeigt bekommt, der darauf hinweist, dass Werbeblocker auf YouTube nicht erlaubt sind. Den kann man auch einmal schließen, doch dann ändert sich die Darstellung, es wird kein Dialogfenster mehr über das Video gelegt, das man wegklicken kann, sondern der gesamte Wiedergabebereich bleibt schwarz und der Schließen-Knopf rechts oben in der Ecke ist verschwunden. Man kann jetzt bloß noch eine falsche Erkennung melden, davon dürften vor allem Nutzer von Microsofts Edge-Browser betroffen sein. Microsoft hat dort eine Funktion eingebaut, die das Verfolgen des Nutzers einschränken oder verhindern soll, kennt man auch als Anti-Tracking. Das blockiert Werbung zwar nicht grundsätzlich, kann diese aber einschränken, weil ja Werbung bekannterweise so viele Daten wie möglich von den Nutzern sammeln möchte. Das erkennt YouTube vermutlich fälschlicherweise als Werbeblocker, sodass Edge-Nutzer mit diesen strengeren Anti-Tracking-Einstellungen eingeschränkt werden können, selbst dann, wenn sie gar keinen Werbeblocker verwenden. PyHole kann euch übrigens hier nicht helfen, dass sich daran, dass YouTube eine Sonderstellung hat. Google ist ja selber Vermarkter von Werbeanzeigen. Daher kommen die Videos, die man anschauen möchte auf YouTube, von den gleichen Servern wie die Werbeclips. Auf DNS-Ebene kann PyHole das nicht unterscheiden. Das geht nur im Browser mit einer Erweiterung, die hier weitgehendere Möglichkeiten hat, um auf die Inhalte zuzugreifen, anzugucken, was da drin steckt und eben die unerwünschte Werbung zu blockieren. Das grundsätzliche Thema mit Werbung und Werbung blockieren ist nicht neu. Ein großer Teil des World Wide Web wird schon seit langem mit Reklame finanziert, damit die Nutzer eben nicht direkt Geld bezahlen müssen, um einen Dienst nutzen zu können. Es gab da schon einige andere Webseiten, die ebenfalls Werbeblocker eingeschränkt oder komplett ausgeschlossen haben. Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl die sogenannte Bild-Zeitung. Die hatte einige Jahre lang Werbeblocker blockiert und ist auch gegen einen kommerziell orientierten Werbeblocker vor Gericht gezogen. Man mag jetzt vielleicht denken, naja gut, so ein Riesenkonzern wie die Axel Springer SE mit einem Jahresumsatz von 3,4 Milliarden Euro 2021, denen wird das nicht allzu sehr wehtun, wenn die wegen Werbeblockern ein paar Millionen weniger verdienen. Die haben im gleichen Jahr über 439 Millionen Euro Gewinn gemacht, da muss also tatsächlich keiner am Hungertuch nagen, aber gerade bei kleineren Projekten, da sieht es halt schon schwieriger aus. Zur Lösung helfen, denke ich, beide Extrempositionen nicht wirklich weiter. Natürlich nervt Werbung und sie ist auch aus verschiedenen Gründen problematisch, zum Beispiel aus Sicherheits- und Datenschutzgründen. Und auch andere Kritik ist durchaus berechtigt, wenn man irgendwann zum Beispiel mehr Werbung als Inhalt sieht, ist das nicht mehr verhältnismäßig. Ohne Werbung wären aber viele Dienste nicht mehr finanzierbar und müssten von ihren Nutzern Geld verlangen bzw. eingestellt werden. Und das wird schnell ein Problem. Ich spende zum Beispiel regelmäßig verschiedenen Open-Source-Projekten für ihre Arbeit Geld, aber könnte es finanziell schlichtweg nicht stemmen, jedem davon jeden Monat einen festen Betrag zu geben. Vor allem, wenn ich dann auch noch jedem journalistischen Angebot, das ich auch für diese Videos hier nutze, nochmal Geld bezahlen müsste. Die Finanzierung mit Werbung ist also ein Kompromiss, aber wie bei allem schon, klappt das nur, wenn dessen Anteil am Gesamten nicht zu hoch ist. Als Alternative finde ich den Netflix- und Spotify-Ansatz eine interessante Idee. Auf Netflix brockelt der wegen der Fragmentierung leider schon wieder. Das Thema hätten wir bei YouTube nicht. YouTube hat eine Monopolstellung. Selbst Streamio als zweitgrößte Videoplattform weltweit ist so weit abgeschlagen, dass sie keine ernstzunehmende Konkurrenz ist und die nächsten Jahre wohl auch nicht werden kann. YouTube verlangt aber für YouTube Premium 11,99 Euro pro Monat. Und da ist eben noch YouTube Music dabei. Dort bekommt man sogar ein etwas größeres Angebot an verfügbaren Songs, die man streamen kann. Zieht man den Spotify-Monatspreis davon ab, dann würde YouTube werbefrei etwa 1 Euro pro Monat kosten. Im Ausland gibt es aber schon eine Preiserhöhung. Wenn die auch nach Deutschland kommen, was derzeit ungewiss ist, würde man 13,90 Euro pro Monat zahlen, also 2 Euro mehr. Die Koppelung finde ich ungeschickt. Jemand, der YouTube Music nicht nutzen kann oder möchte, der zahlt das immer mit. Viel sinnvoller wäre hier ein Abo, mit dem man nur YouTube werbefrei bekommt, für 1 Euro im Monat oder wegen mir auch 3 Euro im Monat, das ist schon deutlich realistischer wie eben der derzeitige Preis. Bei den derzeitigen 12 Euro im Monat kann ich gut verstehen, dass einige sagen, das ist mir zu viel, weil wenn man noch andere Abos hat, das summiert sich ja auch. Der Grund für all diese Maßnahmen dürfte übrigens darin liegen, dass YouTubes Werbeeinnahmen zum wiederholten Male in Folge gesunken sind. Im ersten Quartal 2023 um immerhin 2,6%. Zuvor sind sie um 1,9% nach unten gegangen. Das ist natürlich in unserem Wirtschaftssystem, wo alles wachsen muss, doppelt schlecht, zu meinen, dass es kein Wachstum gibt und dass das Schrumpfen sogar zunimmt. Alarm! Hat man bei Google daher schon vor längerem ausgerufen und sich überlegt, mit welchen Methoden man mehr Geld reinbekommen kann. Der Kampf gegen Werbeblocker für mehr Werbekonsumenten ist dabei nur eine der Maßnahmen. Auch querhoffene Software ist im Visier von Google, nämlich solche, die eine alternative Oberfläche für YouTube bietet. Man kann auf den gesamten Inhalt von YouTube zugreifen, aber ohne Werbung und auch ohne das ganze Tracking, denn Google sammelt ja einen Haufen an Daten, um die Werbung möglichst teuer verkaufen zu können. Aus Sicht von Google missachten diese Projekte die Nutzungsbedingungen. Dort ist nämlich zum Beispiel verboten, dass man Werbung blockiert oder auch eine Downloadmöglichkeit anbietet. Deswegen hat man im Sommer damit begonnen, gegen eine große Software juristisch vorzugehen. Finde ich ja eher nicht so cool. Auch wenn ich auf der einen Seite nachvollziehen kann, warum YouTube diesen Schritt geht, finde ich die Lösungsmöglichkeiten eher nicht so optimal. Aber im Gegensatz zu youlabs.de, was übrigens werbefrei ist, habe ich darauf keinen Einfluss. Es ist nicht meine Plattform. Ich bin hier nur Gast. Wurdet ihr auf YouTube mit Werbeblocker auch schon eingeschränkt? Wie bewartet ihr das neue Vorgehen? Schreibt es gerne auf youlabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.